Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Tomsnows Ich muss gerade überlegen wie krass die Lanes sind, aber anscheinend nicht so hoch Nö, das ist jetzt schon exakt so Ich habe nämlich ein bisschen was jetzt umgestellt Ich bin gespannt wie ihr Salons merkt Ich hoffe mal nicht zu sehr Ich muss aber gucken wie es mit dem stimmt Also mit dem Audio Wir sind übrigens auf der Jagd mit Mikaela Raid auf ihr neues Outfit Und dafür muss ich Und Spoon Dann muss ich zwei Dull Totems sponen Er hat übrigens die Kamera Warte, hier ist der Truplight Ich würde dich gerne heilen, aber ich kann grad nicht Ähm, ich wette dass er Ähm Ruhe dann da hängen haben wird So Wird was Ich gehe nochmal weg Ähm Alles klar Ich klicke mal grad den Pumpkin, weil wir sind auch im Event Ich habe jetzt mal einen 50 Punkt runter Ich kann euch nicht sagen, ob ich im Radius bin oder nicht Ich glaube ich bin Warte einmal ein Schuh Ja Ich kann euch Adding Bist Ich bekomme Okay Alles klar. Also ich denke nicht, dass es Daltotum sein müssen. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es auch reich wird, dass ich das hier mache. Hättest du Lieder, würde ich ja noch verstehen, dass du das machst. Aber in meiner Frage, du hast kein Lieder. Ja, gut. Damit ist er auch gone. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist Undying, es ist Ruined, es ist Haunted. Let's find it out. Er hat tatsächlich keinen Ruined, Undying, er hat tatsächlich nur Ruined. Oder nur Undying, anzumbein. Da oben ist ein Gen, hier ist ein Gen. So, die haben uns auf jeden Fall nicht getregennt. Wo ist das? Steht Couchy noch? Nein. Perfekt. I'm Speed. Ja, Junge, du weißt, wo du hin musst. Ich hab gebohnt. Ich mag dich. Jetzt. Auf jeden Fall mal. So ein bisschen. Das klärt meinen Grundschmied ein. Der Kornplant, ja, ist er. Ja. Eindeutig. Alles klar, ich kann wieder nach hinten gehen und boomen. Ich muss zweimal in einer Runde und Daltot, äh, also boomen. Scheiße, wie gesagt nicht. So, jetzt hab ich drei, jetzt hab ich vier. Alles klar, natürlich, ich muss da einer von den, den schlechten boomen sein. Nicht jemand, dass er Barbecue haben wird, aber es ist mir relativ egal. Ja, ich bin nur auf jeden Fall gleich noch mal in Daltotum, einfach nur zur Sicherheitszeile. Na, jetzt bin ich mir auf jeden Fall mal sicher, dass das hier gilt. Ja, gut, das ist mir eigentlich egal, dass er da umgeht. Ähm, ist hier oben ein Boon. Äh, ein Dalt. Vielleicht darf er nur ein Totem. Ups, kein Dalt. What a mean. Er kann schon über eine Kiste beschweren. Uh. Tinkerer. I guess. Es müsste ein Tinkerer gewesen sein. Okay, ich hab jetzt fünf. Von denen zertretend. Bringt mir jetzt mal eigentlich absolut nichts. Aber ich hab's getan. Ich bin vielleicht ein Main, von daher, weil ich halt, wenn man gegen Pleite spielt, aber... ... das ist nicht echt der Beste, wenn es darum geht, gegen Pleite zu kämpfen. Äh, zu spielen. Ich kann's normalerweise nicht gegen ihn. Ich bin eher zartbeseitigt. Ich bin eher zartbeseitig. Ich bin eher zartbeseitig. Na ja. Check. Check. Playt. Ja. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er doch kommen wird. Er hat Tinkara und Schalter aufgegeben. Ich glaub das war das Problem, dass er Tinkara hat. Ui. Da hat's grad gelaggt, das wär mir lag. Ja. Das hier muss ja halt leider hören. Habt eine mechanische Maus. Deswegen bin ich kein großer Fan von denen, weil die halt so fucking laut sind. Ich weiß noch nicht was mit unserer Glödi eigentlich. Oh, bitte. Bitte anhuck mich. Oh ja. Hab ich richtig Bock drauf. Wird garantiert kein BT an. Das seh ich schon. Oh, er hat BT. Und Bucking Blaster. Ab. Warte. Ehm. Ich hab nicht getroffen. Beste. Warte. anderes normales totem so man meine frage ich kann nicht sprechen ich hoffe es hat nur da kurz gelaggt ich kann nicht durchgehen gucken eventuell muss ich mein frame rate ein bisschen erhöhen nice nightmare wolf wird mal gejagt also klingt jetzt falsch aber es hat die person die ich davon hocke ist das ist jetzt so nass, ist jetzt auch nicht so geil ich hab halt den alt mein buh so smartebar just to fucking greedy ja ne ne ja pop pop und ruin ich hab da in meinen buhen gesetzt ihr könnt euch in den buhen heilen damit werde ich auch deutlich smarter berufen mal beraten die sehen ja auch an meines buhens keine sorge ich will sowas nicht sonst sagen ja ich muss grad ruhig sein weil äh tankerer barriers fuck smartebar fach 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 ich zwei mal rein ach fach ich bin dumm ah nein mach da oben nicht hin dann alles aber nicht da oben hin ich weiß nicht warum es lag wenn ich schweigle wenn wir dann auch nur so kurz am anfangen fach 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 wir haben uns getwittert wir haben auch verloren wir haben uns getwittert 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 hat er keine Rechschance. Ich queeder auf jeden Fall durch. Bitch. Fuck. Ich hab damit gerechnet, dass das hier noch da ist. Holy shit, wo ich beide mal anders gelegt habe. Aber ich sollte die Aufgabe geschafft haben, von daher bin ich... Fein. Und die beiden sind draußen, damit bin ich auch dann fein. Ich höre mich in den Keller, aber es bringt ihm halt nix. So. Ich bin mal gespannt, was er dabei hat. Also Ruin, Tinkerer, Pop. Bei Musel hat er nicht. Das Serenon hat einen nicht. Boah, ich kann das schon nicht mal sagen. Ich glaub Speedhandons hat ihn auch nicht. Boah, ich muss gucken. Nice. Also die Runde ist für mich theoretisch ganz gut gelaufen, aber leider bin ich halt die... Die Aufgabe habe ich auf jeden Fall geschafft. Ja, und Barbecue. Okay. Ja, dann hab ich eigentlich das ein Setup. Kommt halt Predicted. Ja, hier wusste ich nicht. Oder hier merkt man halt nicht, wenn man gegen spielt. Ja, halt. Einfach die meisten Punkte, obwohl ich gestorben bin. Es ist immer sad, wenn das passiert. So. Gucken wir uns auch grad hier den Turm an und dann... Ich muss euch jetzt natürlich dann das Outfit auch für den Oberteil zeigen, wenn ich euch schon sage, dass ich ihn jetzt habe. So. Jetzt muss ich im Prinzip hier das machen. Dann kriege ich das hier. Ernehm ich das hier. Dann muss ich das hier machen. Und dann kriege ich das hier und dann bin ich fertig im Prinzip. Dann will ich zwar auch die alle anderen Aufgaben machen, weil ich das hier unbedingt haben will. Aber... Ja. Grundsätzlich bin ich im Prinzip fertig, sobald ich die beiden hier ab. Also noch 1, 2, 3 Aufgaben. Perfekt. Gehen wir rein und gradieren und drift. Ja, sollte hier aber eigentlich schon mittlerweile alles gesehen haben. Äh, das Black Outfit sieht ganz nice aus und... Ich will natürlich jetzt auch euch zeigen. Bis auf die Hose ist das hier im Prinzip schon das Outfit. Das vom Doktor. Habe ich bis jetzt halt immer das Oberteil. Und nen Kopf habe ich euch eigentlich jetzt auch. Den könnt ihr auch mal ausnehmen. So. Jetzt fehlt mir hier nur noch die Waffe. Das leckt in den Menüs. Und zwar leckt das in den Menüs. Ich glaube, der Doktor ist böse. Ja, der Doktor plus den Fock. Okay. Das war's auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann anders mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.